Also dann mal Willkommen zu einem neuen Video. So, erst eine kleine Vulkanrunde und zwar am Vulkan de los Cuervos. Ja, es ist so um die Mittagszeit gerade rum. Übelartig Massen unterwegs. Ja, keine Ahnung was wir so filmen können. Und ob es mit dem Fotografieren überhaupt so richtig funktioniert vor Massen. Aber wir werden mal sehen und mal schauen was das so an Videomaterial gibt. Ja, dann lange Rede kurzer Sinn. Viel Spaß mit dem Video. Komm komm mal bitte gut! Also lass uns voll den Milmmärkten raus! Wir machen einков Mikroger. Sie sind ungefähr die SpRock-Phone für die Wirke, wo die Strecke kommen nötig. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, inwieweit man es erkennen kann, aber hinter mir ist der Vulkan de los Cuervos zu sehen. Gleitungs kommt auf der Action Camp nicht so richtig rüber. Ich schmecke ein bisschen eher so, da im Hintergrund er ist er. So und da laufen wir dann mal drum rum, führt den Weg drum rum. Und da werden wir auch mal eventuell sehen, weil es soll jetzt nachts so ab um neun rum ein bisschen aufklaren, ob wir da mal noch ein bisschen Milchstraße machen. So, dann würde ich sagen, läuchte ich mal ein bisschen weiter in die Fotografie. So, das ist ja mal ein bisschen der Weg um den Vulkan herum. Ja, ganz nette Gegend, würde ich sagen. Sieht hier wirklich sehr interessant aus. Es ist wirklich eine absolut fantastische Landschaft. Also, Motive, sage ich mal, gibt es hier eigentlich wie Sand am Meer. Ja, vor allen Dingen, was interessant ist, sind die ganzen verschiedenen Farbschattierungen. Ja, ist eben eine ganz andere Landschaft als im Mai auf La Palma, wo es doch ein bisschen mehr Grün hatte. Ja, wirklich interessant, fotografisch auch sehr interessant. Ja, ich würde sagen, ich zeige erst mal ein paar Bilder, die ich gemacht habe und wünsche erst mal viel Spaß damit. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, wir sehen uns noch mal wieder. Ja, jetzt haben wir dann doch nochmal hier ein schönes interessantes Motiv. Ja, ich denke mal in dem vorhergehenden kleinen Clip sollten das ein bisschen erkennbar sein. Ja, und zwar haben wir da so viel mehr so hinten ein paar Berggipfel. Hier vorne Lava fällt. Aber ich würde sagen, ich zeige das Ganze mal auf der Videokamera. Ja, wie gesagt, sind wir jetzt ungefähr bei 50 mm, wie wir das Bild machen wollen. Und dann würde ich sagen, zeige ich mal hier jetzt den Bildausschnitt, der da ungefähr so schätze ich mal werden sollte. Ja, da hier hinten im Hintergrund die Bergkette. Im Vordergrund hat man das Lava fällt. Ja, ich könnte wahrscheinlich jetzt alles immer ein bisschen tiefer gehen. Ja, das sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Ja, das erkennt gar nicht, da vorne hat man so eine kleine Flechte. Ja, probiere ich da nochmal, ob ich da eventuell die bisschen Vordergrund bekomme. Das wäre vielleicht ganz interessant, aber das zeige ich auch gleich nochmal. So, ja, wie gesagt, da haben wir nochmal hier vorne diese kleine Flechte im Vordergrund. Ja, ich denke mal, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja, ich würde sagen, machen wir mal hier noch ein Foto. Gut, das erstmal dazu. Ich würde sagen, ich packe wieder zusammen. und mach dann mal weiter. Also, ich stehe hier auch nochmal vor einem, für mich durchaus interessanten Motiv. Ja, da würde ich sagen, ruhe ich euch gleich mal auf die Videokamera. Ja, und zwar sind wir jetzt bei 28 mm und haben hier vorne, ja, ich würde mal sagen, so eine Lavabombe, würde ich vielleicht denken. Ja, ja, und im Hintergrund die Berge. Ich zeige es nochmal kurz auf der Videokamera, wie ich mir das Bild so gedacht habe. Und zwar, wie gesagt, sind wir bei 28 mm und haben, wie gesagt, da diese Lavabombe im Vordergrund, setzen die bis ins rechte Drittel. Und da würde ich sagen, machen wir mal noch ein Foto. Ja, würde ich sagen, ging sich gar nicht so schlecht aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal von der anderen Seite an. Wie gesagt, jetzt nochmal von der anderen Seite. Und wie gesagt, auch da zeige ich mir noch kurz einen kleinen Ausschnitt auf der Fotokamera. Also ich nehme euch mal mit ins Bild. Ja, wie gesagt, wieder hier hüben die, ah, da ist ja, die Lavabombe. Hinten wieder die Berge. Und wie gesagt, auch da werden wir mal noch ein Foto machen. Soviel dazu. Ich würde sagen, ich mache mich mal weiter auf die Runde. Ja, also. Oder was in dem letzten Spot ganz kurz. Man sieht eben, wie weitläufig diese Landschaft doch ist. Und halt auch, wie groß diese Lava-Bomben, wenn es eine war, doch schon sind. Wir haben übrigens schöne Strafe 31 Grad. Jetzt ist gerade ein bisschen Windstill und da läuft die Brühe doch schon ganz ordentlich. Ja, wenn ein bisschen Wind aufkommt, dann ist es ganz angenehm. Ich glaube, ich komme dann gleich zum nächsten Highlight dieser Touren. Und mal sehen, wie dort personell die Lage ist, melde ich mich dann von dort nochmal. Oh, ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also das war mal ein kleiner Einblick aus der Caldera des Vulkans. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sehr beeindruckend. Ich denke, die Bilder und die Videoaufnahmen zeigen das schon mal ganz gut. Die Tour ist jetzt eigentlich rum, nach einem halben Kilometer zum Parkplatz zu laufen. Und, ja, dann würde ich sagen, beenden wir dieses Video hier. So, und ich sage wieder mal Danke fürs Zuschauen. So, im Anschluss hinten dran, hänge ich noch die Bilder, die ich hier gemacht habe. Oder seit dem letzten Mal, wie ich die Bilder gezeigt habe. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. So, und hier jetzt noch die restlichen Bilder und viel Spaß beim Anschauen. So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke und Tschau.